nur ja in einer Minute also Leute ähm sollen wir die Nerds noch rüber holen oder ja mach mal schnell jetzt kommt wieder dieser Krebs scheiße hey wie die nicht danke hab aufgehört ach ne das wird weg ist mal stärker mal weniger so die soll da hinkommen also ihr wisst wir müssen uns gegenseitig angreifen wenn wir uns nicht heilen können toll ich hab zwei Potion noch, Hammer ey mega nice deswegen hab ich jetzt auch die ganze Zeit bei den Tauern die ganze Zeit die kleine nur benutzt warte ich hab dir welche so oh nice ja er geht mir direkt auf die Zeit ja der kommt dir jetzt ja eh direkt zu boah ey die Solar Waffe geht ja voll gegen den ab ja ja nice wenn du lässt die Hand down nice direkter Hand down äh das macht die Hand ja jetzt das weiß das Auge ist auch schon halb ich bin tot ich bin tot gib mir deine Hand jetzt ja ja Hand ist auch down ja Hand ist auch down ja jetzt zeigt dein Auge da muss ich den Meteoriten sturm auf ja wenn du die anderen aufhören kann man nicht angreifen wie lange bist du noch tot ich lebe ich bin tot er kommt grad zu dir rüber bzw ja ... ah ist ein mittleres Auge auch mal wieder offen oh guck mal wenn ich spähre ach ja und dann öffnet ja sein Auge er hat nein ich bin gestoppt nachdem er hat er hat ich bin auch ganz schnell wir haben aber einfach wir haben die nicht und du stirbst es vorbei wegen hau ich mal kurz ab ja ich bin ja schon da aber ja auch von patrick war ja es ist genau das Prinzip ohne meine Rüstung kann ich nicht ich bin ich bin ich bin ich bin gar nicht mehr lange die 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 Hüte ja ich lebe ich lebe ich lebe ich auch einer von euch müsste jetzt den neuesten Weg zwar sehen wir meine westlichen Sachen aber die Monat ja also dieses scheiß nur das jahr vorbei super ich hab ihn schon extra von nachdem ja da war noch ein Auge ja die Kammerung aber genau Timothée nur das aufgenommen was meine Rüstung hat das ist der leider mehr ich glaube ich hab deine Flügel auch das war halt ich konnte auch ich hatte auch keine Chance auszuweichen weil genau die und gestern ist wo ich halt auch jeder seiner Kostel er hatte und dann packen aber wir sehen ja wir können jetzt ab sofort eins machen wäre nur schön wenn wir eine zweite große also wir waren schon stark genug ja das der Speer hat auch irgendwie viel damage gemacht bei dem komischerweise habe ich gesehen ja der kriegt wohl ganz gut also wie man wohl ist es auch ganz gut damit neu das sehr gar nicht weil wirklich einfach werden halt recht dass du direkt über mir gestorben bist und das ist halt du bist über mich schon hier unten bei den erst gestorben zweimal ja ich bin zweimal bei den erst gestorben und du hast dich dann geheilt und da so meine Rüstung aber ich war bei der Nerf und dann bist du erst gestorben ne ich bin vorher schon gestorben dann sagtest du scheiße ich sterbe jetzt gleich auch und danach bist du reingegangen dann hatte ich ihn gleich weil ich bin weil ich stand bei der Nerf und deine Sachen kam aber wo sind meine Rocketscheißdinger da nimmt habe ich da das habe ich in der Latte geschnitten dort zum Park alter ja meine hier burschen was auch halt muss man noch mal alles besiegen das halb tun dass wir keinen zwei Nusses haben können ja 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 und das dumme ist halt dass ich diesen als einziger diesen komischen Mode drin habe aber ich habe damit angefangen und damit will ich auch aufhören sonst kann ich dir auch sagen was ändern kannst ja ich weiß jetzt habe ich dann nicht umsonst warum habe ich denn jetzt zweimal Endless Crew oder ja das ist einer von meinen ach fuck ah ok du kannst aber in die Truhe tun weil kann ich schon sagen ja komm dann machen wir das mal im Schnelldurchgang hier eben ja ich gucke eben ob der LZT-Guru so verkauft werden ne machen wir noch nicht Faktion das Unicorn ist echt verdammt schnell ohja ohja oh nein warum jetzt eigentlich ich habe so keinen Bock auf so jetzt können wir die Kultisten nicht trotzdem machen weiß ich ja nicht lass mal versuchen die Kultisten da sind ja ich gucke jetzt trotzdem ob die Kultisten da sind ja ich gucke jetzt halt wieder nichts mit ich war gerade auf dem Desktop wenn wir ja mal essen ja Dankeschön aber wie auch keiner mitgekriegt hat dass ich gesagt habe dass ich die Nurse rüber hole was macht die Nurse hier was? doch ich habe das mitgekriegt ja Patrick kann man wieder weg ich wusste mein ich höre zwar auch nicht nein nicht Pyro wurde geköpft hab ich nicht losgeköpft nein äh ich wollte mit der Nurse reden aber da steht die Grabsteine hinter ja deswegen nein nicht Pyro wurde geköpft das wäre scheißegal du sag du sag ja alles was mein äh mit links Solarcrest anfasst brennt ja hier mein Speer jetzt in den Augen von dem Typen ist brennt das er kriegt dann Brandschaden nice deswegen haben wir auch gerade den so ein bisschen gut down gehalten weil wie soll er sich regenerieren wenn er wieder tausend von Brandschaden scheiß abkriegt ich bin da und sie sind da also wir könnten die machen haben wir haben wir also hat jemand zufällig von euch ähm das ähm Ei auf der Bohlen was hat nein auslösung eben schon nö oh oh ich brauche nur noch ein Kultisten auszusehen zu töten ja mein Wünscher ist einmal auf eingeknallen der ist zu äh ist gestorbener durch was soll man da machen was soll man da machen was soll man da machen Leute, macht euch auch den Weg! Vor allem, wenn es eine Sonnenfinzer ist, aber so ein Mothron-Fieh ist noch nicht gespawnt, ne? Ach ja, wo du's grad sagst. Äh, doch hier ist ein Mothron. Haha! Broken Hero Squad! Haha! Okay, Patrick ist gleich da, und Timo, ja. Ja, du brauchst es aber, aber ich hab den Gastet gemacht. Nice! Ist der in Ordnung, oder? Ne? Ist ja in Ordnung, oder? Ja. Weißt du, ich kann mir das ja nur doch in meiner Singleplayer-Welt zusammenfahren. Könntest du? Könnt ich, ja. Oh, warte, ich muss da weg! Ich muss da weg! Ich muss da weg, sonst hört sich die gleich aus. Hm, jetzt weiß, was ich meine mit außen sehen. Schon schon! Ich hab auch schon vergessen, die Globo-Bedrüstung greifte Gegner aber schon gemacht. Und dein scheiß Wurm auch. Achso! Soll ich da wegkommen? Ja. Also ich weiß nicht, ob wir den wirklich alleine haben können, ich glaub irgendwie nicht. Oh! Und ich hab... Oh nööööööööööööö, wir haben ja gar keine... ich habe um holt portion reingetan wo aber wenn ich wieder weg ja unten in den trug muss nachschauen und in der zweiten reihe denn fiech ist da gefährlich er ist immer noch um ja ich so praktisch als Wombo Munster und ich habe Munster gekriegt abg er stimmt das brauche ich ich auch auch in Passau und Sonstern ganz im Nuster mit einem Sonstern kommen und von der Bisschen wir haben der eine Kultist ist sowas von Schwachmöhe Reicht und Lüste Oh ne Hab ich jetzt echt mehr ein? Okay, man braucht 40 Meteorit, 40 Hailstone, 40 Spectre 40 Rumeet, 40 Chlorophyte Und dann hast du Für den ultimativen Bohrer Drill Containment Unit Ah, guck mal, du hast ja so ein Kugelchen Hä? Broken Hero Sword Mega krasses Mount Hey, guck mal hier Hallo Ach Timo Mal los Patrick Hä, der ist noch gar nicht da Wo hast du ihn? Hallo Leute, was war das denn? Ach, der Drache will ja wissen Ey Patrick Ja Komm mal her Ja Was? Nice So, wo haben wir was denn? Oh ja, SolarCrest als erstes, da kannst du mich mal sowas Ihr habt ja Bock auf SolarCrest direkt hier links Ja Aber komm, machen wir den SolarCrest ist weg links von uns Wissen wir nicht unbedingt als erstes machen, ne? Hm Das hat sich ja auch einfach nach Hause potten Wie Lotros und ich das machen Ja, ist ja gut Ihr seid halt da Wo ist unser Guide? Ja Gut Er ist vorhin gestorben als Timo-Hörer Ja Kann man nicht Wurde wahrscheinlich von irgendwelchen Viechern umgelegt Und wir haben keinen neuen Guide Noch nicht Noch nicht Nach der Sonnenfinstern ist aber erst Wenn? Ich frage mich Und einen Spin Unicorn-Kostüm lege ich auch ab, damit ich gleich den Moonlord echt nur noch das Nötigste habe. Oh ja, gut, das mache ich auch mal eben, das Unitige weggeben. Achso! Ja, brauche ich ja gar nicht. Aber kann ich dazu kommen. Äh, was haben wir denn links von uns? Rechts ist Dings. Nebula. Ja, komm. Nebula und dahinter von der Link. Ey, boah, hat auch so'n Fett. Habe ich doch schon länger. Habe ich dir doch gezeigt. Habe ich nie so drauf geachtet. Du hast doch schon gesagt, warum krieg ich dir das und alle her? Sie kann doch ausgehen. Ne, ne, ne. Einholt. Wann macht man das? Wann macht man das? Wann macht man das? Wann macht man das? Nein, nein, das Fett. Nicht machen das Auge oder das... Oh ja, oder? Das gab bei den Twins aber... Besonders, ne. Alter, wo man Gott. Ich hasse die so'n Fett. Das ist echt ne schlechte Kumbo für mich. Das ist eine echt schlechte Kumbo für mich. Ja. Der Wurm sieht cool aus. Ja, das ist super. Der sieht echt cool aus. Ja, spring genau, wenn ich springe. Wo wix bin. Wo wix bin. Wo wix bin. Junge. Ich bin halt so schön im Kreis geflogen und hab dabei alles niedergemetzelt, ne. Und auf einmal teleportiert sich so'n komisches Viech direkt in meine Flugbahn und... ...jörd mich. Und deswegen bin ich gestorben. Yeah. Ich hab ne Chainsawpages. Lol. Will immer mein, äh, Deadly haben. Also, ich hab jetzt diesen Deadly, äh, Shadow, äh, Sperr nochmal.